Hey, ich bin Delilah aus Beverly Hills. Bevor ich weitermache, bitte liked und abonniert den Beitrag. Ich war zwei Jahre alt, als mich mein reicher Onkel adoptierte und in seine riesige Villa mitnahm. Ich war größer als die meisten Kinder in meinem Alter, aber er akzeptierte mich. Im Gegensatz zu seinem Sohn Rusty. Rusty war sechs Jahre älter und obwohl er alles hatte, war es nicht genug, denn er wollte alles. Wir teilten unseren Geburtstag und als ich drei wurde, schenkte unser Onkel uns eine gemeinsame Party. Warum bekommt sie den größeren Kuchen? Ist er nicht schon groß genug? Sei nicht so gemein. Es ist Delilahs erster Geburtstag bei uns. Und jetzt Lächel fürs Foto. Aber Rusty warf die Torte weg. Oh, ich glaube, er mag mich nicht. Oh, Süße, mach dir keine Sorgen. Er wird sich wieder einkriegen. Aber das tat er nie. Im Gegenteil, Rusty wurde verbitterter. Ich war gut in der Schule, während er faulenzte und so begann mein Onkel, mir mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Er hasste das. Als ich zehn war, gewann ich einen Buchstabierwettbewerb und mein Onkel nahm mich zur Feier des Tages mit in einen Vergnügungspark. Ich war aufgeregt. Wow. Oh, das ist nichts für Teenager, nur für Kinder. Ähm, ja, natürlich. Ich wollte nur mal sehen, wie diese Fahrgeschäfte funktionieren und, ähm, ich gehe. Hielt er mich für ein Teenager? Ich bin erst zehn. Ich flitzte schneller als eine Kugel. Und nach diesem Tag begann ich, mich meiner Größe bewusster zu werden. Ich war 13 und fast 1,70 Meter, was für mein Alter seltsam war. Ich war größer als die meisten Jungs. Ich ließ mir das nicht anmerken, aber es gab Rusty die Gelegenheit, auf mir rumzuhacken. Er nannte mich Riese, Bigfoot und was immer ihm einfiel. Und sein Verhalten wieder gut zu machen, schenkte mir mein Onkel das größte Zimmer im Haus und stopfte es mit Geschenken und Spielzeug voll. Klar, sie brauchen größeres Zimmer bei dieser Größe. Du musst nicht so gemein sein, okay? Ich weiß, dass ich groß bin, aber du bist dumm und darüber mache ich mich nicht lustig. Du, dafür werde ich dich kriegen! Er hat mich eine Stunde lang gejagt, aber er kam nicht an mich heran. Wer hätte gedacht, dass ich so rennen kann? Ich wollte sehen, wie gut ich war, also fing ich mit Leichtathletik an. Und bald schlug ich alle. Meine langen Beine machten mich super schnell. Großartig! Mein Onkel war stolz, aber Rusty war sauer und er geriet völlig aus der Bahn. Er fiel zweimal in der zwölften Klasse durch und verprasste das Geld für seine Freundin, ohne mit der Wimper zu zucken. Eines Abends musste Onkel Rusty mitten in der Nacht ihm aus dem Gefängnis holen, weil er Prüfungsunterlagen gestohlen hatte. Warum bringst du mich so in Verlegenheit? Was habe ich falsch gemacht? Oh, das ist ganz einfach. Du hast sie nach Hause gebracht und deinen Sohn vergessen. Das ist nicht wahr. Onkel liebt mich genauso wie dich. Du nicht so, als wärst du Teil der Familie und unterbrich mich nie wieder. Genug! Onkel und Rusty hatten an diesem Abend einen heftigen Streit. Und eine Woche später ging Rusty nach London, um sein Studium zu beenden. Ich sah ihn nie wieder und er rief kaum zu Hause an. Ich vermisste ihn nicht sehr, aber mein Onkel schon und es machte mich traurig, ihn unglücklich zu sehen. Nach ein paar Jahren war alles normal. Mit 17 war ich 1,80 und das größte Mädchen der Schule. Und die Leute starrten mich an. Ähm, kannst du mich da oben überhaupt hören oder soll ich schreien? Wow, wo kaufst du deine Klamotten? Im Zeltladen? Alle meine Klamotten sind limitierte Auflagen und das macht mich einzigartig und du bist gewöhnlich. Ich hab mich nicht unterkriegen lassen, aber es hat mich geärgert. Ich wollte hübsche Kleider tragen und schöne Schuhe, aber nichts passte mir. Einmal war ich im Einkaufszentrum, als eine fliegende Gestalt an mir vorbeiflog. Sie wurde von Wachleuten gejagt. Lass mich gehen, ich brauch das. Ich konnte nicht sehen, wer das Mädchen war, also ging ich näher ran, aber ich stolpelte über ein riesiges Regal und alle Kleider fliegen runter. Die Wachen waren abgelenkt und verloren den Halt und sie rannte weg. Und ich musste am Ende für alles bezahlen. Später an diesem Tag sah ich meinen Onkel beim Packen, als ich nach Hause kam. Gehen wir irgendwo hin? Nein, Liebes, ich schon. Wir eröffnen ein neues Geschäft in Griechenland und ich werde einen Monat weg sein. Aber ich kann doch mitkommen. Ich möchte nicht, dass du die Schule und das Training verlässt. Ich bin zurück, bevor du es merkst. An diesem Tag, als mein Onkel wegging, fühlte ich mich seltsam. Ich war noch nie alleine gewesen und eine Woche später bekam ich die schlimmste Nachricht meines Lebens. Die Sekretärin meines Onkels teilte mir mit, dass er sich in seltsames Fieber eingefangen hatte und im Bett bleiben musste. Die Ärzte hatte keine Ahnung, wie lange es dauern würde. Ich war am Boden zerstört und ich wollte meinen Onkel besuchen, aber niemand durfte sich ihm nähern. Also beschloss ich mich, auf meine Abschlussprüfung zu konzentrieren. Aber als ich nach Hause kam, sah ich Rusty mit einem Mädchen, das mir bekannt vorkam. Was machst du denn hier? Das ist mein Zuhause. Ich kann kommen, wann immer ich will. Übrigens, das ist Gina, meine Freundin, die Königin hier. Ich sah Gina an, aber sie ignorierte mich völlig. Unhöflich. Als ich später an diesem Tag durch ihr Zimmer ging, hörte ich, wie sie mit Rusty stritt. Du hast eine Schwester? Du hast mir nie von ihr erzählt. Sie war es nicht wert, erwähnt zu werden. Sie wird nicht lange bleiben. Bevor ich was hörte, kam das Hausmädchen und ich ging. Die ganze nächste Woche fiel mir auf, dass Gina eine seltsame Erscheinung war. Sie blieb den ganzen Tag im Zimmer. Immer wenn sie rauskam, schrie sie die Bediensteten an und rannte nach oben. Einmal war ich in meinem Zimmer, als Gina kam. Räum dein Zimmer auf. Ich brauche Platz im Schrank. Du kannst hier nicht einfach rein spazieren und mich bitten, was zu tun. Und da wurde es mir klar. Sie war das gleiche Mädchen wie aus dem Einkaufszentrum. Warte mal, ich kenne dich. Was ist los, Liebling? Ich dachte, du wärst reich, aber mein Zimmer hier ist kleiner als mein Bad. Ich brauche mehr Platz. Zieh um. Ich gehe nirgendwo hin. Doch, das wirst du, oder? Du kannst deine Sachen packen und verschwinden. Du hast die Wahl. Was? Das kannst du nicht tun. Jetzt, wo Dad nicht mehr da ist, bin ich dein gesetzlicher Vormund. Wenn du also weiterhin weglaufen oder zur Schule gehen willst, hör auf, mich zu nerven und beweg dich. Och, so nervig. Ich wollte sofort meinen Onkel anrufen, aber der war zu krank, um sich die Mühe zu machen. Also hielt ich den Kopf unten und fing an zu packen. Bevor ich abreiste, behielt ich aber ein Abschiedsgeschenk für Gina da und lachte mich kaputt, als ich die kaputten Klamotten sah. Das hatte sie verdient. In der Nacht suchte ich im Internet nach Gina. Aber das Mädchen war eine Sackgasse. Ich wusste, dass sie lügt, aber da war was anderes, das sie verbarg. Etwas Großes. Am nächsten Morgen fand ich Rusty allein und versuchte, ihn zu warnen. Deine Freundin ist eine Lügnerin. Und du bereitest mir Kopfschmerzen. Ich mein's ernst. Ich hab sie letzten Monat beim Stehlen im Shoppingcenter gesehen. Ginas Familie ist eine der reichsten in London. Sie hat es nicht nötig, zu stehlen. Mein Vater kannst du täuschen, aber mich nicht. Ich bin schlauer. Ich brauche Gina. Vermassel es nicht, oder ich werde dein schlimmster Albtraum. Rusty ging und ich konnte nicht umhin, darüber nachzudenken, wie das möglich war. Ich hatte doch Gina gesehen, aber wenn sie reich ist, dann hatte ich mich vielleicht geirrt. Oh nein. Ich verdrängte die Gedanken und machte mich auf den Weg zur Schule. Aber an diesem Tag war ich beim Training so abgelenkt, dass ich mir den Knöchel beim Laufen verdrehte. Gina kam, um mich abzuholen. Ihr hättet einen Fahrer schicken sollen. Ich war in der Nachbarschaft, jetzt komm schon. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Sie half mir ins Auto und ich versuchte, mit ihr zu reden, aber sie war die ganze Zeit am Telefon. Und als wir ankamen, rannte sie in ihr Zimmer, ohne mir zu helfen. Was war nur los mit ihr? In der nächsten Woche ruhte ich mich zu Hause aus. Und jedes Mal, wenn ich versuchte, mich Ginas Zimmer zu nähern, bat mich Rusty, mich zurückzuziehen. Er war so paranoid. Er hatte sogar Wachen vor ihrem Zimmer. Ist sie eine Prinzessin oder warum braucht sie so viele Sicherheitsleute? Das geht dich nichts an. Sie ist meine Freundin und ich tue, was ich will. Zisch ab. Je mehr Rusty sowas sagte, desto neugieriger wurde ich. Er liebte niemanden außer sich selbst, also war diese neu entdeckte Liebe zu Gina wirklich seltsam. Ich wollte mehr wissen, aber bald darauf fing der Trainer an, uns für internationale Leichtathletikkämpfe vorzubereiten und ich war beschäftigt. Einige Zeit später teilte uns die Sekretärin unseres Onkels mit, dass er eine große Einrichtung verlegen würde. Und Gina gab eine Party. Ich schätze, du bist froh, dass unser Onkel nicht zurückkommt. Was? Nein, es ist der Geburtstag meiner Mutter. Wirklich? Wieso ist sie dann nicht hier? Weil sie nicht mehr da ist. Gina fing an zu weinen, als sie die Treppe hinauf lief. Und dann tauchte Rusty auf. Ich wusste es. Was hast du zu ihr gesagt? Entspann dich. Es tut mir leid. Ich glaube, ich habe die Grenze überschritten. Ich werde mich entschuldigen. Das tust du besser oder ich werde dir keine Erlaubnis geben, Leichtathletik zu betreiben. Verstehst du? Ich ging nach oben und fand Gina schluchzend in ihrem Zimmer. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht verletzen. Ich bin auch ohne Eltern aufgewachsen. Ich vermisse sie. Auch wenn sie nicht da sein kann, schmeiße ich jedes Mal eine Party. Sie liebte Geburtstage. Gina und ich unterhielten uns eine Weile und mir wurde klar, dass sie nicht so schlimm war, wie ich dachte. Ich konnte sehen, wie sehr sie ihre Mutter vermisste und ich fühlte mich verbunden. Vielleicht habe ich zu schnell geurteilt. Gina wurde damit auch warm. Und wir hingen öfter zusammen ab. Aber schon bald fiel sie mir auf, dass sie nur mit mir sprach, wenn Rusty nicht dabei war. Eines Tages fragte ich sie und sie gab mir die seltsamste Antwort. Oh nein, ich mache nur eine Pause von den ganzen Hochzeitsvorbereitungen. Wow, ich hatte ja keine Ahnung. Haben wir schon ein Datum? Wir warten, bis der Onkel kommt. Gina klang sehr aufgeregt, aber als sich Rusty darauf ansprach, zuckte er nur. Hatte ich dich nicht gebeten, den Kopf aus meinen Angelegenheiten rauszuhalten? Brich ihr nur nicht das Herz, okay? Ja, ja. Ich wusste, dass er nicht auf mich hören würde. Aber ich musste es versuchen. Gina hatte was Besseres verdient als diesen Schwachkopf. Ein paar Tage später hatten wir den Schulball und ich beschloss, nicht hinzugehen. Kein Junge in der Schule hatte mich gefragt, ob ich mit ihm ausgehe. Und alleine war es erniedrigend. Ich weiß nicht, was peinlicher ist, kein Date zu haben oder die Fastschwägerin als Date zu haben. Halt den Kopf hoch! Ich befolgte ihren Rat und amüsierte mich prächtig, bis jemand auf der anderen Seite des Raumes zu schreien anfing. Es war Gina, die ein Mädchen anbrüllte. Habt ihr es nicht langsam satt, euch gegenseitig zu schikanieren? Sie ist zwar ein bisschen groß, aber sie ist viel besser als ihr alle. Auch die Jungs aus der Studentenverbindung, in die ihr verknallt seid. Ihr könnt überhaupt nicht mithalten. Ich zog sie weg, aber sie brüllte weiter. Was? Was war denn da los? Die Leute haben seltsame Dinge über dich gesagt. Ich konnte es nicht. Ich bin dran gewöhnt und ich kann meinen Standpunkt vertreten. Ich weiß, es ist nur so, dass ich als Kind gemobbt wurde und das geht mir auf die Nerven. Okay, vergiss es. Wir sind hier, also lass uns den Tanz genießen. Gina und ich tanzten die ganze Nacht durch, ohne uns, um irgendjemand zu scheren. Und wir hatten die beste Zeit. Eine Woche später war ich beim Leichtathletiktraining. Ich hatte zwei Wettkämpfe hintereinander und der Trainer war sehr streng. Aber es hat sich gelohnt. Ich wurde ausgewählt. Ich rief sofort meinen Onkel an. Aber es ging nur die Mailbox ran. Ich freute mich, Gina davon zu erzählen. Aber als ich nach Hause kam, hörte ich laute Geräusche aus Rustys Büro. Wie konntest du mir das antun? Du dachtest, es wär's für immer? Dein Job ist erledigt. Pack deine Sachen, ja? Gina stummte wütend raus. Ich war mir sicher, dass Rusty die Hochzeit abgesagt hatte und ich wollte mich vergewissern, dass es ihr gut ging. Also folgte ich ihr. Ich sah, wie sie ein Krankenhaus betrat und in das Zimmer einer gebrechlichen Frau ging. Überall piepten Maschinen, während Gina lächelte. Oh, es ist so lange her, meine Tochter. Es tut mir leid. Es hat so lange gedauert, Mom. Ich muss noch etwas einpacken und danach bringe ich dich hier raus, okay? So war ich Shelly, heiße. Ihr Name war also Shelly? Und ihre Mutter war am Leben? Wer war diese Person und was wollte sie? Ich hatte so viele Fragen. Ich wollte ins Haus gehen, aber angesichts des Zustands ihrer Mutter beschloss ich zu warten. Aber dort wartete eine Überraschung. Mein Onkel war zu Hause und er war dabei, Rusty wegen einiger Papiere zu verprügeln. Onkel, du bist wieder da. Wie geht's dir? Ich war so gestresst. Mir geht's gut, Delilah. Es ging mir sogar viel besser als damals. Was meinst du? Ich schäme mich, das zu sagen, aber mein eigener Sohn hat mich um mein Eigentum entführt. Zum Glück hat die Polizei es gerade noch rausgefunden. Was? Oh, wie ist das möglich? Ich habe mit dem Sekretär gesprochen. Er war nicht mein Sekretär. Ich war allein dort. Mein Onkel setzte sich zu mir und erzählte mir, dass jemand sein Telefon gestohlen hatte, bevor er in das Flugzeug stieg und dann auf dem Heimweg entführt worden war. Vor ein paar Monaten hatte Rusty ihn angerufen und eine Million Dollar verlangt. Und als sein Onkel sich weigerte, ihn zu bezahlen, wollte er ihn entführen lassen und ihn zwingen, die Firma zu überschreiben. Ich sah Rusty schockiert an. Ja, ich war's. Du hast dir alles gegeben und mich mit nichts zurückgelassen. Aber dann habe ich Gina getroffen und sie ist so verdammt reich. Und mit ihrer Hilfe hätte ich euch beide rauswerfen können. Du bist so böse. Wer würde das seinem Vater antun? Jemand, der sich um niemand anders außer sich selbst kümmert. Ich dachte, ich hätte dir gesagt, du sollst gehen, Gina. Nenn mich Shelly und ich bin nicht reich. Sie erzählte uns, dass Rusty ein gesuchter Betrüger in London war, in der viele Leute betrogen hatte, auch ihren Vater. Also gab sie vor, reich zu sein, um sich mit ihm zu daten und ihm zu helfen, die Firma zu kaufen und mit dem Geld zu verschwinden. Das Geld, das er gestohlen hat, war für die OP meiner Mutter bestimmt. Wir haben uns verschuldet, um die Krankenhausrechnung zu bezahlen. Ich wollte mich bei ihm rächen, aber er hat versucht, mich zu täuschen. Das macht es nicht richtig. Du hast uns belogen. Aber du hast meinem Onkel geholfen. Ich bin dankbar. Während mein Onkel die Polizei rief und Gina schluchste, sah ich, wie Rusty sich mit den Papieren davonschlich. Du denkst, du kannst uns entkommen? Das hättest du wohl gern. Rusty wurde wegen Entführung verhaftet. Gina erhielt eine sechsmonatige Haftstrafe. Danach bezahlten wir die Behandlung für die Mutter. Und sogar andere Leute wurden entschädigt. Bald war es einer Zeit, zu meinem internationalen Leichtathletikwettbewerb zu gehen. Mach mich stolz! So wie immer, er umarmte mich.